So, meine lieben Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Oceanhorn. Wir sind hier zurück in der Höhle des Feuers. Wo ich das hier noch anvisieren kann? Da ist es. Da haben wir zumindest die... Ja, verziehst du dich schnell, du kleines Mistvieh. Okay, jetzt wo dein Panzer weg ist, das ist immer noch da. Na gut. Huch! Danke sehr. Hier kommen wir durch, ohne den Feuerzeug allerdings benutzen müssen wir einfach nur durchlaufen. Easy going. Brauchen wir irgendwas? Gibt es da was Schönes? Ein bisschen Magie, ja, okay, eine Münze, alles klar. Nehme ich. Hat das viel wieder in den Dings bekommen? Guck mal, da ist ein Feuer. Kann doch nicht wahr sein, oder? Hat sich das gerade einfach irgendwo eine neue Maske geholt, oder was? Das kann man gar nicht... Das kann man gar nicht besiegen. Kann man doch. So, links geht es einmal runter. Ein ruhiger Arm kann das Feuer transportieren. Hier geht's nicht lang. Achso, hier geht's rein. Pfeile nehme ich immer gerne mit. Aber nicht zu viele, bitte. Das muss ja nicht sein. Links sehe ich da auch noch eine Kiste. Wie kommen wir denn an ein anderes Schmuckestück ran? Auch einfach so. Ja, ja, gibt mir Pfeile, das ist okay. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt Pfeile für eine Quest. Geht sehr schnell wieder hoch. Wo ich da vielleicht... Ja, okay. Die wollen, dass ich... Feuer mitnehmen, aber die Frage ist, wie mache ich das? Kann ich mal einen Pfeil einfach da anstecken? Nein. Geh mal her. Da nehme ich es mit. Was wir machen können, ist aber das hier. Und dann können wir das hier mitnehmen. Da sind Stachel unten, okay. Okay, dann mitnehmen. Tausend Wege. Aber erst mal zur Kiste, das ist wichtig. Feuerzauber? Unwahrscheinlich. Einen einfachen Schlüssel habe ich gefunden. Komme ich hier runter? Ach, das war da. Das war da. Aber das Feuer komme ich ja nicht ran, ne? Hätte ich auch nicht schaffen können, hier rüber zu kommen. Dafür haben wir da hinten das Stück. Ja, sieht irgendwie strange aus. Okay. Kiste nochmal gemacht, dann gehen wir hier auf der anderen Seite lang. Bomben. Bomben. Äh, für die Kisten hier sind. Auf der Minimap. Okay, das ist eine sehr sinnvolle Kiste. Vielen Dank dafür. 990, wir können uns dann bald den Herzcontainer kaufen. Okay, das hat noch keine richtige Wirkung. Das ist... Okay, das können wir es mal machen. Zack. Und da fallen können wir hier nicht. Wo ich da noch nicht was drauf lassen? Ne, okay. Ich muss mir merken, die Farben eigentlich. Das reicht auch schon. Hat was ans Weitergeschoben, hat man das Rätsel resetten müssen. Da hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Oh, was war das denn? Vielleicht ist es mir noch so etwas wie Gift kommt. Da kann man noch ohne Sprinten rüber. Außer da. Nicht, dass ich ihn so eingefroren habe, das ist ja natürlich doof. Merkwürdig. Nicht, dass er dann gleich auch noch Feier anfängt zu spucken. Lass mich raten, sie tun das. Oder auch ein bisschen. Ein Leben und ein bisschen Mana bräuchte ich mal ein bisschen. Böhm, ein Leben habe ich. Jetzt auch noch ein bisschen Mana. Dann halt nicht. Ich denke nur nicht, dass das der Zauberfeuer-Zauber ist. Oder doch? Die Musik hört sich so an. Bittadam! Du hast den Feuerzauber gefunden. Er ist für viele der Dinge nützlich. Sei aber vorsichtig. Und damit werden wir jetzt alles niederbrennen. Alles. Nice. Oh. Ah. Ich habe mich schon gewundert. Äh, gefreut, dass wir jetzt die Stiefel kriegen zum Springen. Aber, hehehe. Nee, nee. Warum sollten sie uns? Warum sollten sie uns? Was ist das hier? Ach, eine Tür. Ich habe keine Ahnung, ob ich da drauf habe. Drecks viel. Ah, ja. Eine Kiste haben wir dann noch. Okay, wir bekommen Bomben. Habe ich denn dahinter? Hier nicht? Nee, da sind keine. Okay, jetzt waren wir jetzt aber alles ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt, von der Seite aus. Ich glaube, da war noch etwas. Was erinnert, dass man immer wieder die Zauberer hin und her switchen muss. Drecks viel. Wir brauchen dadurch sehr, sehr viel Magie, ne? Wie kostet das? Oh, der Feuerzauber kostet ja richtig viel. Das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Ah, ja. Das war... Nee, das war nicht der gewesen. Ach, das wird am Anfang gewesen, oder? 100 Münzen. Damit haben wir 1000. Kriegen nochmal 50 dazu. Geht's noch höher. Kiemenvolk senken, nee. Da möchte ich aber noch nicht hin. Schließlich haben wir noch eine Kiste zum Erkunden, wenn wir mal hier lang laufen. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so clever gewesen ist. Warum nicht? Alles super. So, was haben wir hier schönes? Ein Herz. Ich kann gerade sagen, wir kriegen ein Herz und verlieren ein Herz. Ansonsten, glaube ich, haben wir in dem Dungeon alles gemacht, ne? Was sind in der Weise? Ach, guck mal, das war das wie vom Anfang. Wir gehen mal ganz kurz reingucken. Ob hier irgendwo noch eine verschlossene Kiste ist? Ups. Aber ich glaube, ich habe alle. Oh, da waren Pfeile. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Hat man vielleicht gemerkt. So, da hinten war man dann zum Feuerzauber. Hier können wir vielleicht mal ganz kurz gucken. Hier war sonst nichts mehr. Ich war es nicht. Okay, wunderbar. Feuer dann schon durch. Das war's. Damit haben wir den Feuerzauber. Damit können wir jetzt das Eis kaputt machen. Das wäre schon ganz praktisch, wenn ich da hinten langlaufen würde. Da komme ich nämlich gleich an den Anfang raus. Der muss ich hier unten lang. Ich habe gar kein Dämonstum bekommen, kann das sein. Lass mich in Ruhe. Durch eine Tür. In einem Dungeon eine Tür. Aber ja. Herrlich. Herrlich. Ach Gott, ey. Jetzt geht es zurück zu den Zora, ja. Ist so. Ich habe die Hose. Sag nicht, dass du das jetzt in zwei Zauber habe. Das war ein Arsch. Aber der bestimmt, ja. Langweilig. Fühlt sich Mama wieder auf. Oder zeigt mir einfach, ich habe nicht genug Mana dafür, ja. Kein Mana deswegen blinkt das so. Schnell vorbei. He he. Aber ich habe keinen Mana dafür. He he he. Ja. Gib mir Mana. Dann kriege ich den Mana her. Ich muss Dinger kaputt machen. Das heißt, ich muss noch einmal raus. Die Korallen gehen mir relativ selten und was. Außer Bomben. Bla bla bla. Eklig. So gigantisch, so bewegend. Gib mir noch Mana. Danke sehr. Ja, draußen vom Eingang habe ich ganz viel Mana gefunden. Die Flaschen sind ja alle voll mit Mana gewesen. Ein Stückchen fehlt noch. Wahrscheinlich kann ich aktuell auch nur einmal casten. Aber vielleicht bauen wir es ja auch aktuell nur einmal. Wer weiß. Probieren wir es. Das Fisch ist tot, kommt aktuell auch nicht wieder. Der Oktopus. Okay, ich kenne tatsächlich noch einmal casten. Sehr nice. Falls hier irgendwas sein sollte. Kisten und ein stacheliger Übergang sind der Schlüssel, um am Tor vorbeizukommen. Hier. Hier. Naja. Da ist eine Kiste. Oh mein Gott. Achso, wir müssen hier wahrscheinlich überall was reinstecken. Das dürfte erst eigentlich beim letzten was machen. Aber wie komme ich denn da wieder hin? Von da, von da. Hm. Hm. Kann ich da rüberklettern? Tatsache. Lull. Okay. Achso. Kann ich da rüberklettern. Ich bin da. gut ja gut beim nächsten mal besser gucken ich weiß wie typisch wäre sonst so einfach war da noch was ich habe keinen plan und vielleicht mal erst mal da oben ab ich habe mir diese verdammten stiefel okay dann kann ich von hier rüber springen naja gut das kann ich nicht geben das eine kann ich skippen das andere beim einen kommt nichts beim anderen schon ich muss dann später nochmal deaktivieren aber dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr rein müssen sehr verdächtig wasser jetzt noch weiter nach oben und geht sie noch weiter nach oben wahrscheinlich eine kurze abkürzung eine kurze abkürzung da haben wir einen hebel in dem erstmal frei machen müssen so und jetzt bestimmt noch eine kiste drin oder in einem eingefrorenen kann ich mir vorstellen mal über magie sehr nice oder auch nicht okay jetzt sind wir am frost palast mein lieben freund da vorne sehe ich schon eine statu an der stelle würde ich sagen eine ganz kurze kleine pause und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dahin bei ocean horn ciao 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 ciao